Hallo Leute! Tschüss! Ey, das ist Pipki! Ich bin behindert aus! Verwackelt. Haben Sie Hitler persönlich gekannt? Bitte? Und wenn ja, wie war er so? Heute teste ich Beauty-Hacks! Juhu! Mit Sekundenkleber! Wow! Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die geilste Influencerin im Land? Ihr Chantal Ackermann seid die geilste. Frau Kinderwänner. Sprich deinen Wunsch aus. Shanti? Ja! Wo bin ich? What the fuck? Fuck! Auf euch! Lebkuchen! Was? Äh! Bäh! Was ist das? Fisch lang gebacken! Das ist Holz! Bäh! Diese Märchenwelt ist total Schrott! I'ma do it my way! Das wird das geilste Märchen ever! My way! I'ma do it my way!